ja hallo leute und herzlich willkommen hier zum vierten teil von supercraft brothers und heute werden wir treehouse hier mal spielen also damit wir nachher ging ins jang spielen können weil wir dann dass die zehn games haben um das dann zu kaufen und das ist glaube ich ich weiß nicht ob wir schon alle maps gespielt und ich glaube nicht die haben wir ja noch nicht gespielt jetzt gerade noch hier in 15 sekunden beginnt das ich muss noch eine klasse werden wir haben es silberfisch noch nicht ausgewählt also sind wir bestimmt die letzte von den normalen klassen die wir noch nicht hatten und so jetzt beginnt es und ja wir spielen im team oder weil du hast ja deine das noch ich habe schon ich glaube ich so kann ich mir gerade über die aber was kann ich über den silberfisch sagen also der hat drei silberfisch eier und die kann man dann ja auch werfen und das wollen 1 bis 2 und ich glaube es kommt drei silberfische daraus und die reichen leider aus einem selber an aber auf jeden fall ja mit dem kommen die gegner ein bisschen werfen weil die auch ziemlich schade geben ach du hast es gut genug dann habe ich nicht der computer hat es mir gegeben auch auf der hausse ich nehme das trend ich glaube wir gehen mal gerade hoch und holen uns die die finde ich so komisch ab hier geht es und hat es wie keine dritte mehr und ihr seht hier wir sind hier auf dem obersten teil von dem haus und jetzt bin ich ganz so von hier und einen schönen ausblick wissen spieler das ist ein spieler 1 oder ich war spieler hast du schon ein leben verloren ja ok weil du mich im stich ich finde die map eigentlich noch zu ich habe zu weit also dass die bombe mit der bombe nicht getroffen ich warte möchte dass ich ein ende wenn das irgendwo steht so kommt ihr uns den witz ist der vorgesehen wo ist das wo ich greife an hallo hilf mir ich komme von der anderen seite der die mich jetzt hier erinnern überall noch ein paar wieso ist es hinter mir hallo der fein hat sich im wasserfall versteckt ja und er hat mich jetzt gerade gekillt jetzt doch ich hole mir den jetzige ich folge dem alter des schon wieder einfach hinter mir ich weiß wie gerade auch nicht von wo kommt dieser scheiß ja nein echte kommt einfach von hallo lasst uns mal in ruhe kämpfen wir scheiß silber fischen wieso greifen die einen zimmer auch alles rechtlich und habe ich schon wieder hier und jetzt näher den potions konnte ich hin ich wollte gerade kannst du mir mal helfen mit dieser scheiß wichsel die sind alle unten da ich komme immer zu dir ja hallo kommen wir in der frau was ist schwer das so was sie wusste sehr gerne ich habe es ist egal ja ja sie greifen die ganze zeit aber immer hinterher ich fast ich habe extrem viele mal geschlagen aber es ist noch nicht gestorben ich gehe mal alle wasserfälle und da ist immer plötzlich einfach gut so jetzt sind ja da ist ja extrem berühmt diese sind schon wieder weg ich bin der inseln weg die ich vielleicht da ist der wo ist er da ist er ich bin tot jetzt rennt er wieder weg siehst du jetzt rennt er wieder in die andere richtung so klar und die place so ist diese silber für schimmelig springen schlagen zu 20 da ist doch ich habe da eine witz geschossen glaube ich nicht nicht so und jetzt kommt der entweg schlägt mich in die tausendmal und dann wieder von der anderen seite ja also muss ich jetzt ich habe einen guten apfel einen starken wenn wir zu zweikampf der rennt nur wenn ja okay wenn ich ein team aber trotzdem jetzt ist er schon wieder hinter mir siehst du er ist immer hinter ort keine chance ich habe den opfer wo ist jetzt hätte schon wieder weg dieser ich hasse da ist die die habe ich nochmals versprungen im wasser ich nehme das wort das nein was bist du schon wieder gestorben ja er hat gut das ist ein und hier auch mit alle da ist da ist jetzt rennt er schon wieder weg und was will ja was kann er anders machen ich war gegen uns auch die witch hat sie nicht mit dem gift trank getroffen aber natürlich ist die so nein sie hat so einen gift trank geschossen nein jetzt rennt er wieder hoch ey ich geh mal die place suchen ich habe einen unsicherheitsproschen der ihn natürlich überhaupt nicht drängt wo rennt er hier immer hoch da he weißt du ah jetzt dieses mal habe ich ihn überrascht weil dieses mal wollte er schon wieder mich so von hinschang greifen aber dieses mal ist es hallo ihm nicht gelungen okay ich habe ihn gekillt mit einem leben ne da ist er schon wieder nein Hilfe okay dann muss ich wegrennen ey wie hat er mich noch getroffen so ein okay es dort vorne ich habe es kurz gesehen durch die oh Gott ich habe es kurz gesehen durch die oh Gott ich komme wieder von der anderen seite mit drei silberfische eiern und deine silberfische kommt ihm an da ist er da ist er schhhh ich glaube das nervig ich denke da hat es jetzt ungefähr 12 silberfischen ich hab ihn ja komm komm ich habe ihn ja das Milch da ist noch ein hier habe ich aufgenommen Nein ja komm jetzt rennt er schon wieder hoch mit eigentlich mit dem ding gut ich bin ich habe ich habe ich bin bei ich habe jetzt wird er schon wieder hoch was die lustig während er posten aber dennoch allein aus dem richtigen den gegen die kürze die map ist schon eigentlich cool weil sie so groß aber für selten also endermann ist hier einfach nur endermann wäre runter kommt ich habe ein oder ich sehe dann erst noch die witz wo ist weiter 1 ist jetzt wenn er unterkommt Dann sag's mir. Auf welcher Seite? Dort wo die Ritsch ist. Ja super, da bin ich jetzt gerade weggerannt. Oh, nein, 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 komm! Mit der Hals! Schon... Eigentlich bekommt er alle drei Schläge, äh, alle drei Schläge. Das ist nicht... Da war, da ist ein Trank, ich hab Feuer. Ah, das ist schon weg. Schon wie? Nein, ich bin sicher. Okay, machen wir jetzt mal so. Vielleicht ist man unten, und wenn... Ich kann mir... Was echt eine zweite Müsse? Das ist Slime! Nee, ist ja okay, nur ein... Ich hab' einen Slime gespawnt zu ihm. Ich hab' den Weg versperrt. Oh, ich hasse es! Wo ist du, wo ist du? Da ist die, da ist doch... Ich hab' einen Slime gespawnt zu ihm. Ja, du hast mir gut. Ich hab' den Weg versperrt. Geil. Die Wishfolks sind immer noch ihm. Da ist... Nee. Er kam' nicht hoch, weil da ist der Slime! Ähm, du glaubst nicht, dass wir jetzt gerade passiert ist? Was? Ich bin gefangen. Nein, ich bin da in dem Baum drin. Da kann man nicht mehr hoch. Was in dem Baum unten drin? Nein, da in dem Stamm. Ich bin reingefallen. Was war ein Scheißloch? Ich komm' nicht mehr raus! Ja, komm schon. Ja, ich hab' gekillt. Ich hab' gekillt. Ich hab' noch eine... Da ist doch noch mal. 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 Nein, das gibt's nicht. Ich hab' einen großen Achtung. Geil. Ich hab' ihn nicht. Ich hab' ihn fast. Ich hab' ihn fast. Nee, ich hab' noch ein Leben. Okay, das ist ja. Schau mal. Schau mal, wo ich bin. Ich bin ganz... Wo bist du? Ja, komm, schau mal, schau mal. Ich bin ganz oben. Komm, ich möchte ihn anspringen. Mann, ich komm' nicht mehr raus. Da ist doch... Da ist doch... Da... Ich hab' ihn... Ich hab' ihn sowas von... Da hast du keine Chance mehr. Also, dass du keine Scheiß gehst. Da, er rennt wieder hoch. An dem... An dem... An dem Slime vorbei. Fuck, Mann, der Slime hat mich geschlagen. Er versucht, die ganze Zeit nach oben zu kommen. Nee, an dem Slime nicht mit uns. Ach, Mann, Marius. Wie viele Leben hast du noch? Äh, keine Ahnung. Ich komm' nicht mehr raus. Ich komm' nicht mehr raus. Ich komm' nicht mehr raus. Du bist Spieler 4, du hast noch 3 Leben. Ja. Ja, wie kill? Wie? Ich komm' nicht selber killen. Ah, jetzt ist er schon wieder von hinten gekommen. Wieso? Ich hab' ihn... Ich hab' ihn jetzt da. Ich hab' ihn jetzt da. Ich hab' ihn jetzt da. Ja, ich hab' ihn gekillt. Okay. Puh. Äh, komm, kannst du hier? Jetzt sagen wir, wo das Loch ist in die Kirche. Okay, da, da. Beim Abschlag hat sich mal los. Was? Komm' runter! Wut? Wut? Wut ist halt an epic fight. You guys are just pussy. That team... Was steht da? Irgendetwas Blut. Das ist ja richtig behindert, dass man da nicht mehr hochkommt. Komm runter, du feigling! Ja du hast noch 3 Leben, ich sehe einfach nichts. Wenn ich jetzt noch Blindheit bekommen bin ich total am Ausstieg. Alter, ich sehe nur einen Schatten von dir jetzt echt. Okay, aber jetzt hast du die 10 Gems, um das Ding noch zu kaufen. Warte, ich darf schon nicht sagen. Ja, okay. Das mache ich dann auch gleich. Und okay, Yin-Yang ist da schon voll. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir einen Server gefunden haben, wo wir Yin-Yang spielen können. Ja, dann bis gleich. Tschüss. Ja, hallo Leute, jetzt sind wir wieder hier. Und nach einem kurzen Cut werden wir jetzt hier auf der Map Yin-Yang spielen. Und äh, ich hoffe hier wird jetzt noch jemand joinen. Das ist jetzt, vorher haben wir gerade die noch gekauft, jetzt haben wir die noch ein. Also ich habe hier etwas auf einen Ding. Und äh, wir müssen Silverfish auch ausprobieren. Und es fängt mit einer VIP. Nein, das ist ein Hacker. Das ist ein Hacker. Ach, das ist ein Hacker. Das ist ein Hacker. Der, der, ich... weil der hat nicht den VIP-Ding. Ah, der VIP! Er ist... Na, weil ich dachte eigentlich, dass der Name von denen dann so... Ähm, ähm... Schau mal genau. Dass er dann so, ähm... Orange ist. Und ja, es wird jetzt auch gleich beginnen. Ich bin sehr gespannt auf diese Map, weil... Man müsste es ja kaufen. Äh, no. Sorry. Und wir werden auch kein Team machen, Marius, hm? Nein. Diesmal kein Team. Und auch nicht mit dem... Also gehe ich mal aus Österreich. Es... Mit dem Ender Dragon würde ich eigentlich... Wäre es noch kurz zu machen. Aber wow, schaut mal die Map-Bahn. Also ich habe sie ja selber auch noch nicht gespielt. Und ihr seht hier... Silberfisch... Ah, der hat eine Milch gespannen. Ihr seht hier... Ich habe mit der... äh... Mit dem Silberfisch... Habe ich hier, ähm... Drei Silberfisch-Eier. Sch, neuliste mal einfach hier. Wohin kommt der auch die... Ach ja, ja... Pfffisch. Hier sind die kann man spawnen und äh... Geh mal weg. Ja, die Map ist hier auch so cool. Und, ja... Äh... Ist logisch, man sagt mir hier. So, wie ich weiß. Und man hat hier eine Schärfe-Zeit. Und Schlusshacke... Ich weiß nicht, was soll ich... Annex? Ups, da kommt deine... Der Ender Dragon, der Ender Dragon. Ja, ich weiß es. Geh weg. Geht um! Oh, ich weiß, was ich jetzt machen werde. Ich hab noch alle Mädels und bin nicht weiß. Ich möchte hier etwas aufgeben. Oh, ich glaube, ich muss hier den Text einlegen. Da ist der Ender Dragon! Nein! Mist, er ist nur bei mir. Boah, ne, die Blaze ist auch hier. Du bist auch... Wieso sind jetzt hier alle oben? Scheiße, ich bin tot! Schon wieder? Boah, ich geh hier raus, weil... Hier sind nicht so viele Leute. Ich muss ein bisschen... Oh, ich komme jetzt hier keiner. Weil ich möchte hier die Näherspieleinstellung runter... Nein, da kommt... Ah! Marios! Was? Feige! Was, Feige? Ja, du bist Feige. Schauen Sie meine Chancen aus, denn du bist nicht Feige. Müllwaut bist du. Da ist jemand... Oh, der... Der... Jetzt hab ich den. So, die Eier komm ich wieder los. Alter, dieser Ren-Bug schon wieder. Scheiße... Und du bist... Runter gefallen! Schmack... Ich hab nur noch einen... Ich hab nur noch einen... Du gehst, ich bin ja mitgekommen. Du hast nur noch zwei Leben, ich hab noch vier. Ich glaube, für mich... Under Dragon... Oh, warte, ich hol mir... Nein, 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 es ist wieder verschwunden. Ah, warte... Die Map ist schon... Ah, scheiße, nichts! Also die Map hier sieht schon sehr interessant aus, ich finde. Man kann hier so, dass man hier so vom Platform springen kann, ist ja schon so cool. Und äh... Weißt du... Ich habe ihn oben... Nein, ich habe ihn fast runtergeschlagen. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn... Wo ist er? Da, da. Da kann ich, äh, den Computer Blaze. Ja, ich weiß, ich habe ihn oben. Ähm, Alter! Ja, komm, du schnittst du nicht gleich. Du hast nur noch... Ich habe noch zwei. Ich lasse es hier drauf. Oh! Alter, ich bin weggespult. Ich habe es genau gesehen, dass ich weggespult bin. Prässt meine Silberfisch. Oh ja! Aha! 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 Ja, das kommt davon. Das kommt davon. Ja, pack dich hier noch ein wenig ins Boden herum. Ach, shit! Und dich habe ich mir geholt. Du musst halt nicht immer hier... Was immer hier? Was? Ja. Ja. Der Ender Dragon ist ganz oben, würde ich noch umgehen. Nein. Was? Nein. Okay. Äh, die Sturm ist der ja noch nicht. Ich schließe mich nicht ab. Doch der Ender Dragon ist draus! Was? Ne, das kann nicht sein. Echt? Ja. Äh, wir müssen unbedingt, äh, die Blaze holen. Nein. Hä? Äh, ja, nein. Ich kenne ihn natürlich auch. Aber... Ach, ja, ja. Der schiesst mich schon wieder auf. Man muss hier schon ziehen. Da? Passend, dass man hier nicht drunter schreien. So, hier hoch... Nein! Nein! Scheiße! Fuck! Fuck! Shit! Oh, das hast du mich. So, hier mal ein wenig zu. Jetzt der hingesetzt. Pssst! Oh, das war klar. Jetzt habe ich wieder einen Silberfisch. Oh, mein Silberfisch. Pass auf, die Blaze! Habe ich es gekoffen? Ja. Ich habe einen Silberfisch zugeschossen. Ich hab... Ah, ich... Mist, der Silberfisch hat mich. Habe ich es gekoffen? Ich habe einen Silberfisch zugeschossen. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Und du wirst... Zendepunkt. Mist! Die Blaze... Ausgedacht. Sonst hat die... Uah! Brand gesetzt. Danke, Blaze! Waaah! Danke, Blaze! Aber ich muss mich trotzdem hier schlagen. Weil... Ach, du schon wieder... Gott. Ich glaube, die Glänz... Die wendet auch gerade weg von mir. Wie viele Leben hat noch die... Oh, was ist die Schiffe? Äh, noch eins. Echt? Ich bin Player 1, ne? Nein, sie... Sie hat noch 3 Leben. Was? Ja, sie hat noch 3 Leben. Du hast noch 1 Leben. Ich glaub sie... So, komm. Nee, komm. Ich hab noch 2 Leben. Alter. Krass. Oh, was? Nein! Nein! Vor mir war eine Witch. Und ich bin hier ganz knapp durch das Loch gefallen. Das kann ja nicht sein. Scheiße. Ah, nix! Die Blaze ist drückwärts gelaufen! Abfummt! Schatz! 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 Du schon wieder? Es wird die Blaze geerbt. Nein! Ist das ein Witch? Ist das ein Witch? Ist das ein Witch? Hast du dir gespannt? Ja! Ich hab auf jeden Fall gespannt, als du da noch... ...gestanden bist. Oh Mann, das glaub ich wär jetzt fast daneben gesprungen. Ich muss schauen, dass ich nicht zu nahe zu der Blaze komme. Die schaufe durch. Ich bin kein Fass. Verpiss dich! Verpiss dich! Niemand mag dich! Alter! Du möchtest jetzt einfach, dass ich... Nee! Hey! Soll ich mit deinem halben Leben in den Kampf gehen, oder was? Ja, aber ich weiss, dass du dich immer versteckst. Mann! Alter! Jetzt hab ich ja auch gerade die Blaze gesiegt, also... Okay, aber dann war es für mich jetzt hier auch schon zu Ende. Und ja, ihr habt jetzt hier gesehen, wie die Yin und Yang-Map hier so ist. Mars wird eh verlieren. Sie ist runtergefallen! Und ja... Wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Oh, was? Äh... Nicht Marius. Und ähm... Ja, das ist dann jemand anderes. Und äh... Ja... Dislikes alle seine Videos und... Schön, damit ich mich beukern kann. Nein. Also ihr könnt mich freuen, bis zum nächsten Mal. Und es wird für die Folge 5, weil wir jetzt hier ja schon... So ziemlich alle Maps durch sind, gibt es eine kleine Überraschung für euch. Das werdet ihr dann im nächsten Video sehen. Und ähm... Ja, dann absolut bis zum nächsten Mal. Und... Ja, tschüss! Ciao!